ich möchte dass du die mut hast jetzt kommt noch mehr das könntest du trotzdem noch schaffen wenn du dich anstrengst ich helfe dir auch wenn du mich die gut durch den kampf weiter aber da kommt man mir geht da Ah, da kommt auch Lottes, ne? Wir sind wachsam. Exekutor? Nicht. Das ist. Komm, Angriff. Sie dürfen nicht ausladen. Oh Mann, bin ich schlecht, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Was mache ich denn hier so falsch, ey? Verdammt. Schicke ich euch gleich rein. Muss ich nochmal laden, weil ich halt nicht sofort gefunden habe. Ich könnte auch einfach 21 Einheiten bauen, die Aventure Basis schicken. Da würde ich auch leichter gewinnen, aber ich will das hier epischer gestalten. Ich glaube, der auch weiß ich nicht so gut ist. Ich gehe jetzt um eine Art Schuss. Dennoch kann ein paar Wachen wie es ist. Ich sage, Sie müssen endlich mal wieder hin. Ich weiß nicht, was ich nur eine geilsteuerung. Ich komme jetzt mit mich an. Los geht-ist. Ich danke dich. Ich bin ein bisschen mitgefahren. Ich bin ein Luigi-Land. Zander! 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 Ich werde es dir. Taneus ist es Antikonen. Ich schicke noch mehr. Ich baue einfach mal hier Befragkanonen mit auf. Ich schicke noch mehr. Die durch die neuen Einflüge sind. Ich schicke noch mehr. Ich schicke noch mehr. Befragüß! Upgrades, ein bisschen erforschen. Fenix, stell dich mal da oben hin. Lassen wir uns mal ein bisschen provozieren. Das sind die vier Auslagen, die fallen. Evers Glück war er sogar voll. Okay. 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 Was ist das? was möchte so sehr natürlich immer gucken wir jetzt schaden machen kann darum den bräuchern und gar nicht habe jetzt die stürmer müssen wir verteidigen können so sehr töd ist So soll es sein, Pentaro Aju, so soll es sein, es wird geschehen, Pentaro Aju, ich tue es für Aju, Pentaro Aju, so soll es sein, Pentaro Aju, so soll es sein, es wird geschehen, ich tue es für Aju, es wird geschehen, ich tue es für Aju, so soll es sein, es wird geschehen, jetzt kommen sie mit ihren Overlords hoch, ich tue es für Aju, dann machen wir wieder ab, wir haben nicht mehr geschehen, die Aju, sondern es wird geschehen, das ist nicht mehr geschehen, jetzt werden wir geschehen, Was möchtet ihr von mir? Ich sage euch. Was möchtet ihr von mir? Was möchtet ihr von mir? Ein Sekunder? Wo ist der Ratul hin? Äh, der Ratul! Wo bist du? Ein Mann! Der Ultralyst darf nicht durchkommen. Der Ultralyst? Der Ultralyst? Der Ultralyst? Der Ultralyst? Der Ultralyst? Das war's für heute. 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 Ach du meine Güte. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Oh Nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Das war's für heute. warum ich habe dahin geklickt war machst du denn da kein stamm rein nicht schlecht bezahlt oder warum weil die sich hier ja 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 Wir müssen zusätzlich spielen ohne Power. Oh. Jetzt wirds lustig. Da haben sie so eingegraben und da kommt jetzt eine schöne Psy-Storm rein. Eure Denken gleicht den meinen. Ich freue mich auf eure Gedanken. Für Aion. Na, die Portion. Ich freue mich auf Tarkatschung. Eure Dämonischen Gedenken. Ich freue mich auf die Psy-Storm rein. Ich freue mich auf die Psy-Storm rein. Ich freue mich auf die Psy-Storm rein. und du gehst mal weg da haben wir ja gemerkt eben das oder mutiert sie stamm voll rein Seid hoch! Ich bezahlen kann oder was. Ja, oh! Verwendet's mich. Geht's sich gut an! Verwendet's! Wer ist genau? Verwendet's! Ach, Mann. Was ist denn mit den Hotkeys hier wieder los? Warum sind die jetzt auf eins da drauf? Da war doch immer Fenix und Co. drin. Jetzt sind sie da drauf auf einmal? Was soll denn das? Abhauen, egal was da kommt. Mehr Dragonen abbauen. Halluzination wäre auch mal cool. Und dann noch einen hohen Templer. Entfernt! Nein 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 nein. Ein Exekutor? Nein, nein! Wo war das hier? So weit hinten! Kacke! Ja, wir brennen ihn runter auf vier Leben. Ich gucke, ob ich das jetzt schaffen kann. Ich will das nicht.